So Freunde, leckt der LP-Mail sich zurück mit, ähm, ja, sozusagen, das Spiel ist abgekackt mittendrin bei den Einstellungen, keine Ahnung warum, aber naja, ich hab's ein bisschen optimiert, vielleicht bleiben die Waffen ja jetzt länger liegen. Ja, sorry, dass es auf einmal so ein komischer Cut ist, mittendrin am Gerede und dann auf einmal Cut drin, tut mir leid, sorry, wollte ich selber nicht so, aber naja, dann wollen wir mal weitermachen, wollen wir mal wieder alles von vorne machen, ähm, oh, Headshot, ey, warum geht ihr nicht down, das war ein Astreiner Headshot, die war verliegt. Ha! Hey! 1 3 3 4 4 5 Habe ich ihn erwischt? Ja, jetzt hab ich ihn nicht Es gibt immer noch einer Scheiße Komm her, komm her, komm her, du Mist Komm her So, jetzt ist es ruhig Immer noch So, jetzt bleiben die Waffen auch liegen, haha Jetzt liegen die Waffen auch ordentlich So So, also weiter geht's Wir kennen uns ja schon aus, hier kommt nix Und der Schocker da hinten Ja, der Elektro, ja, ich weiß, zack, zack Hier der Booster Und weiter geht's Hier Echo 6, haben die erste Markierung erreicht Roger Echo 6, das Gemüt sichern, einbringliche Wolken bestätigt Ja, ja, okay So Ah Der hat Waffen fallen lassen So 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 Ein bisschen vorwichtig Na schön Ordentlich Headshot geben Und bleiben sie auch liegen So 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 lange die Musik laufen Was hab ich gesagt Da ist er Und der ist auch Ha Ah, dieser Scheiß Haha Granaten Die Granate Minipack Zack Da ist er drin Schon wieder welche, ey Schon wieder welche, ey Ach, wey Wart raus, ihr Schweine Was hab ich fallen gelassen So So, ich glaub das war's Ja, Leute, können wir weiter gehen Höhöhö Ja Also Wie wir schon wissen Einmal greift uns an Wie gesagt, greift uns nicht an, sondern Na ja, das hat super funktioniert So So Muss uns keine Angst einjagen Ja, also Mach, guck mal, bin ich sogar richtig gegangen So Neue Waffe Hehe Aber die benutze ich hier als erstes Immer schön erst Die Handpistolen Die Handpistolen Dann hat sich's Hey Ah, da komm ich von der Seite rein Hm Also so So Wenn Sie den Nachrichtenläppchen ansehen bringen Sollten Sie das Telefon eigentlich gespeichert Die gespeichert Oh Eine Nachricht Sie haben eine neue Nachricht Ja, hier steht meine Buchhaltung Niemand weiß, was los ist, aber wir haben jede Menge laute Geräusche gehört Wisst ihr Jungs da drüben was? Ende der Nachricht Wir wissen was Oh, jetzt hat's Kaboom gemacht Ja Und jetzt aktivieren wir das hier Und Ja, jetzt bewegt er das Ding Oh Ja, bewegt er, bewegt er, bewegt er, bewegt er, bewegt er, bewegt er Wohin denn? Wohin denn? Ich komm da glaub ich nicht ran, so Ja, ist klar Scheiße Ich Ich Weck mich auf Ich stirb mir nicht so gut Geht doch Dafür, dass ich's nicht wirklich zum Dafür, dass ich's nicht wirklich oft gespielt hab, kann ich's recht gut Hä? Waffe 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 Tür zu, damit mir keiner folgt Checkpoint wird gespeichert und links lag schon wieder Blut, Blut, so viel Blut Blut, Blut, Blut Blut tut gut Ja, Blut Hier haben wir die Pack, jetzt haben wir schon sieben Blut Donnerwood da Tür auf Waffe nehmen Rüstung Ist doch glaub ich, ja Rüstung Ichseeing was Oh, so weiter Tür auf Oh, hier riecht's schon, er hat dermaust uta Work Rate ja die Status Prozent er geht es nicht und geht das nicht Rund bald ganz normal egal hier ist noch einer ich hab's gehört das Gesicht ich geh erstmal da hinten hin vielleicht gibt es ja noch was schönes ne 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 da geh ich noch nicht raus vielleicht ist hier noch was nichts wir springen in der fütze wir springen in der fütze da kommen wir wieder auf alte kinderstagen zurück wo man noch gummistiefel angezogen hat und durch die pfützen gejumpt ist ja jetzt wird es richtig richtig drauf der lebt ja noch ja 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 ich hab mir die Packs Aua Aua Da sind noch Füße Aua Da bist er Down, Down, Da Schön alles ganze Muni einsammeln Die ist bald voll Lollipop, Lollipop Da hab ich ein Ohrwurm gerade So, ich glaub das war's Keine Gegner mehr? Komm ich da hoch? Ich glaub nicht Ich glaub nicht Also muss ich hier rein Checkpoint Ja, ja, ja So, Tür auf Gibt's hier was? Munition gibt's Aber nicht Das ist Ich hab sie schießt hat du saudo stirbt mann so ich gehe dann nicht hier nicht hin Ich gucke mich jetzt hier hin und warte. Nein. Nein, da geht's weiter. Oder geht's hier weiter? Hm, lecker. Ich glaube, da geht's auch weiter. Ich gehe erstmal noch zurück. Das da bedeutet für mich nichts Gutes. Ah, gut, dass ich hier lange gegangen bin. Aha, Gesundheit wird dauerhaft erhöht. Juhu! Jetzt haben wir schon 115, aber wir haben leider keinen Schutz mehr. Das heißt, die Kugeln treffen uns jetzt. Moment. BAM! Wo ist er hin? Und nochmal. Ah, das war falsch. Doch, hab ich gekickt. Yeah. Oh Gott. Dann wollen wir mal die Treppe hoch. Guck mal, die Kiste. Hm. Hm. Mit Anlauf. Ich will ja nicht runter. Da hinten komme ich nicht raus. Hier vorne sehe ich auch keinen Ausgang. Will er nicht. Ich habe Angst, dass ich sterbe, deswegen. Der Kollege hat mir gesagt, F5 drücken, dann gibt es Schnellspeicher. Und da hat tatsächlich Schnellspeicher erfolgt. Und Schnellspeicher ist erfolgt. Guck mal, nochmal ein Anzug. Ich wusste es. Ich wusste es nicht. Oh nein, das ist einmal. Weg hier. Kann ich dich kaputt schießen? Ey, komm mal her. Kleines Killing. Hier, her. Headshot. Headshot. Die geht nicht raus. Lass mich in Ruhe. Wow. Action. Ja. Cool. Jetzt liegen wir draußen. Ist doch auch schön. Intervall 3. Eskalation. Die Infiltrierung. Situation. Der Spionage-Satellit. Hannibal 3 ist wieder online. Ein Vierkampfeinsatzagent wurde lebend gefunden. Der verbliebene Einsatzagent wird noch vermisst, aber seine Vitalwerte sind stabil. Paxton Vettels Ordnungssignal wird in dem Gebiet entdeckt. SSEGD-Verstärkung ist auf dem Weg, um bei der Primärmission zu helfen. Mission. Der verbliebene Vierkampfeinsatzagent wird versuchen, Vettel zu finden und zu neutralisieren. Die technische Offizierin von Vier und die SSEGD-Eskorte suchen weiter nach den vermissten Vier Einsatzagenten.